Bleibt, ihr Runde. Bleibt. Schlüssel haben wir. Okay, dann geht's. Dann geht's. Ja, geht's. Jawohl, alles gut. Abgepasst. So, jetzt geht's noch links. Links hoch. Wir wollen da hoch. Und dann laufen. Abgepasst. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und stoppen ja, ab die Post Spaghetti Lasses Spaghetti Lasses und stoppen jetzt komm jetzt hier hin hier hin, Sitz 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 Lauf, 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 lauf! Weiter, 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 weiter! Lauf, 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 lauf! Jawohl, super, gut! Auf die Post! Wir können, ja, gehen, gehen, gehen! Losi, gehen, losi! Geh! Losi! Losi, lasse! Oh, stopp! Stopp, jetzt! Natürlich sind unsere drei jungen Aussiehündinnen keineswegs gute, disziplinierte Schlittenhunde, sondern Hütehunde, die am liebsten raufen, spielen, kämpfen und aufpassen, dass niemand abhanden kommt. Das ist dann ein bisschen blöd, wenn meine Frau Astrid und meine Tochter Samira auf ihren Trekking-Skieren zu weit hinter uns bleiben. Dann fangen unsere drei Hündinnen an zu bremsen und möchten, dass sie wieder aufschließen. Aber im Prinzip ist das alles wurscht, egal ob sich die Leinen verhettern oder die Hunde bremsen oder auf Wildspuren stoßen oder alles im Chaos endet. Hauptsache, wir haben Spaß und den haben wir auch. Und jetzt! Fall nicht an euch vorbei und gehen die Blei rückwärts. Geradeaus! 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 Wir gehen vorbei! Gut! Und stopp! Langsam! Stopp! Langsam! Stopp! Friede sei mit euch! Jawohl! Blei! Geht im Stof, Blei! Lauf! 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 Lauf die Hunde! Lauf! Lauf! Blei! Ab! Geh! 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 Lotte! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.